Dass die Grünliberalen nicht nur im Kanton Zürich starke Kraft sind, sondern auch in anderen Kantonen haben zulegen, freut der Präsident der Grünliberalen, Martin Boimle. Gerade so erwartet er den Erfolg aber nicht. Es entspricht natürlich meinen Hoffnungen, die ich vor den Wahlen hatte. Ich weiss jetzt noch nicht, was genau rauskommt, wie weit die Erwartungen sind. Wir haben immer gesagt, ich habe sechs bis acht Sitz. Acht habe ich am Ende des Wahlkampfs nach der Leisverbindung gesagt, darunter wäre das Parteipräsident nicht mehr so glücklich. Wir werden das Ziel möglicherweise heute erreichen und dann kann ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Umringt von den Medien freut er sich auch für die Ferina Diener, die im Ständeratswahlkampf in Zürich gut im Rennen liegt. Auch das ist eine Hochrechnung, aber die entspricht auch meinen internen Kalkulationen, dass die Ferina Diener von Platz 1 sein dürfte. Das freut mich riesig, dass sie so klar vorne ist, das zeigt, dass sie einen guten Job gemacht hat und trotzdem, dass sie nicht eine breite Unterstützung von anderen Parteien so gut abschneiden kann. Und es ist sicher ermutigend für den zweiten Wahlgang, wo wir mit dieser Ausgangslage fast sicher werden antreten. Dass es einen zweiten Wahlgang gibt, ist für Martin Bäumli aufgrund der aktuellen Daten so gut wie sicher.